So, ich hoffe, das ist meine schöne Seite, meine Schokoladenseiten. Ich habe euch wieder etwas zu mieten. Ein Raube. Ich bin da jetzt gerade bei meinem Postkassel. Sieht man das? Jetzt sehe ich das. Jetzt weiß ich nämlich, warum die Postler Elektroautos fahren und Elektromopeds. Damit man es nicht hört, wenn sie kommen. Aber leise, unbemerkt können sie die gelben Zettel reinhauen. Das sind schon schlaue Burschen. Die andere Seite vielleicht auch ein bisschen. Also ich bleibe freundlich zu den Arschlöchern. Ja, fix. Arschlöcher. Und ich bin heute den ganzen Tag da. Wo ist denn das? Da, 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 da. Sieht man das? Da. Ich bin den ganzen Tag in dem Büro gesessen. Und die Bimmel da draußen hat keiner angerührt. Ist eh sinnlos. Da kann man eh nur lachen drüber. Also das ist kein Wutvideo. Nicht. Nein. Oh weh. Und tschüss.